Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft Crafted und hier liegt der Rattenfleisch So wir brauchen Erde, wir brauchen Cobblestone, wir sind immer dabei unsere Farm zu erweiten, dass wir mehr Korn bekommen, dass wir schneller vorankommen Wir haben hier schon etig Hühner, aber, ne oder? Wow wie viele Ratten ey! Das schwert wieder Ich hab schon gedacht die Hühner sind tot Okay, so wir paaren mal kurz mal die Hühner wieder Oh ja gar kein Platz merke ich gerade Make him Platz Flint Chicken, so Eck Und so mal Das hier und Baumehl So Zehn bis jetzt, okay Gut, schauen wir was es für Eier gab Da kam ein schwarzes Ei raus Wir haben Cold Chicken, super Wir haben Cold Chicken Ähm, kann das gar nicht, ne, muss ich ausblüten Moments Und Eier, Kacke Und Ei, so Gut, wir sind immer dran Wir sind immer auf Kornfarm Den Spächchen wir möchten, unsere Kornfarm ist zu vergrößern wir brauchen immer noch Erde und Cobblestone. So, um das Areal zu vergrößen. So, spät nach vorne. Ich wüsste nicht, was uns da erwartet. Und im Moment tun wir mal einfach mal hier... Passt schon wieder alle Kappels und durch. Tatsächlich nicht. Okay, wir können ja kurz mal die Erde noch verbauen. 2, 3, 4. Ja, Jubiläum bauen. So, dann wieder. 2, 3, 4. Okay, wir brauchen noch mal Erde und brauchen noch mal Cobblestone. Wieso mal schwer in die Hand nehmen? Wissen nie, was uns hier erwartet. Kennen Sie schon. So, noch mal Erde und noch mal Cobblestone. Okay. So, wievielgrößen und Farben, sag mitten ins Meer raus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, es hat echt ganz klar mir gereicht. Okay. Wir holen uns mal kurz Birke. So, dass sie inzwischen gewachsen ist. So, okay, wieder raus, wieder rein, so, Erde können wir genug haben, rein theoretisch, aber ich nehme dazu noch ein Stack mit und noch ein bisschen Coverstone, ein Coverstone und noch, so, müsste es eigentlich reichen, mal die Grundbasis hier zu bauen, so, okay. Gwiss er wo? Bist du alle Piranien jetzt? Wollte ich mich ganz an den Kragen, hab's genau gesehen. Okay, jetzt war's schon in alle Birke, okay, gut, ähm. So, jetzt letztlich ein bisschen breiter einfach machen. Ja, komm, müsste eigentlich funktionieren. Wie er mich versucht, da zu beißen, ist unglaublich. So, jetzt kurz Kornfarben, bis es neu bewachsen kann. So, kurz raus. Hier klang's gerade nach Spinne. Woher kommt denn Spinne jetzt? Keine Ahnung, so. Aber, sollen sie sich interessieren? Okay, ich nehme mal den Eimer jetzt hier. Okay, es ist schon dunkel, wir gehen kurz schlafen. Und nehmen dann gleich die Körner mit. Wird die Teile am Pflanzen können. Oh, ich muss mal kräftig was essen. Gab es die Wand, so viel Hunger habe ich so viel Steine gelegt. Kann das sein? Hier ist eine blöde Ratte wieder. Was macht der Schafter denn jetzt? Nein. Nein. So. Spieltag kam gezielt Objekte töten. Ähm. Blöde Frage. Wo habe ich das Kohle-Ei hingelegt? Ach so, um ausblüten. Okay, gut. Puh. Mein Gott. Äh, genau. Körner wollte ich mitnehmen. Hier sind sie nicht. Hier sind sie nicht. Ich habe sie eingeregt. Äh, Körner, Körner, Körner. Ich glaube, es waren noch mehr Körner. Doch nicht? Okay. Habe ich verkehrt? Dachte ich schon, dass ich fleißig gewesen war. Weil ich effektiv war. So. Wollen wir mal. Seht ihr schon, man kann eigentlich schon wieder Wasser schöpfen. So, wenn man links und rechts Wasser hat, das nachfließt. So, dann habe ich hier nämlich schon alles rum gepflanzt. So. Wurde gesät. So. So. Jetzt fragen wir hier noch einmal. Genau. Kein Holz. Ähm. Ja, die Wolle, die stofft jetzt alles. Ich höre eine Spinne, die ist bestimmt bei mir im Haus drin. Oder hier auf dem Baum irgendwie sowas. Die ist bestimmt nicht da, wo wir sie gerne hätten. Wo wir sie nicht gerne hätten. so. So. Jetzt ist die Frage, flinkt das hier weg. Oh je. Und jetzt, was werfe ich jetzt weg? Das ist rohe Fleisch, ne? Jetzt habe ich jetzt wieder Überlegungsfehler gemacht, ne? Die Erde muss ja nochmal rüber. Äh. Ne, warte mal. Ne, ne, stimmt schon. So war es schon richtig. So war es schon richtig. Das heißt, ich muss nur jetzt hier die Erde entsprechend hochsetzen. Hier. Diese Höhe. Okay, jetzt heißt es, ich muss noch mehr Erde haben hier. Jetzt ist die Frage, kann ich, hätte ich genug Dünger da? Gleich gedüngte Erde zu machen, das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich bezahle, dass wir so viel Dünger haben. Wir hätten nur einen Stack, einen Stack scheiße hätten wir durchgesagt. Guck mal, wie war das jetzt? Wir mussten Erde haben und drunter Dünger. Boah. Gut, ich könnte sagen, da oben ist alles nur mit Dünger Erde. Mit der Kacke, die die Hühner produzieren. Ich kann jetzt noch mal testen, wie schnell das geht mit dieser Erde. Ob das wirklich was bringt, wenn man mit Dünger Erde dünkt. So, dass es mehr Fake ist. Wenn es das bringen würde, dann müssen wir sehr optisch richtig sehen jetzt können. Die Frage ist, baue ich jetzt hier auch wieder eine Wand? Ja komm. Ja komm. War top-en-wall. Dann den Zaun da drauf, oder? Das war auch so, einfach optisch her. Ob das besser passt. Ja, es weckt schon nicht langsam irgendwie auf das Gefühl. Ob es jetzt im Dünger liegt, das ist die andere Frage, ne? So, dann bauen wir jetzt noch mal ein paar Heubauern. Okay, reicht noch nicht für ein Nest. Jetzt müssen wir mehr Hühner-Kacke haben. Okay, wir haben aber nicht alle Hühner, die werden geprägt, abgepumpt. Das muss ein bisschen ändern jetzt gar noch kurz. Haben wir noch irgendwo drin No Lease? Leitung habe ich doch, da habe ich die dabei. Okay. Die nehme ich mal mit jetzt. Die Wand können wir zur Zeit mal daran lassen. Die brauche ich zur Zeit jetzt gar nicht. Ähm, dann... Ich wollte Nodes haben, aber ich habe anscheinend gar keine mehr. Nein, aber ich kann nicht mehr. Okay. Okay. Dann müssen wir welche machen. Hilf nix. Okay, Note. Okay. Ähm, Bach macht fest. Kiste. So, dann... Gebrannter Stein. Okay. Ähm, Bach macht fest. Ja, Büro. Ach, wir haben keine gebrannten Steine. Wie? 波? Geht das nicht, Uranium? das hat mich noch damals schon nicht oder auch nicht so ein Ding gewesen, das ich nie schmelzen konnte hm ok, wir haben hier ja, toll vorzeitig habe ich hier gebrannten Stein drin, da werden wir natürlich nie Kohle nachschieben dann haben wir natürlich da auch praktisch keinen gebrannten Stein mehr drin ja, ja, soviel dazu aber noch was ist perfekt, ok habe ich hier keine Noten ich habe das Gefühl, ich habe die Noten schon reingelegt irgendwie kommt sie vor, hier aber nicht ich muss was nehmen, was kein Menü aufmacht so die Kohlen hier so jetzt können wir eigentlich schon langsam wieder Kerne herstellen indem wir Kerne und zack, 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 zack jetzt weiß ich auch das Video, wo die ganzen zusammen noch hingekangen sind hier oben habe ich auch ein paar gelagert, stimmt so diese Fahrt ein bisschen vergrößern so, jetzt haben wir genug Steine denke ich mal vorerst mal so dann schau ich mal wacht ja, ach, gleich vorerst mal aber wir gehen eh zu her, schlafen, schule Nacht dann machen wir mal die Tür wieder zu dann schauen wir mal, ob hier irgendwelche Monster sind nein gut, dann tun wir hier auch mal ähm oh so ja, komm, gehen wir runter so und verbinden genau das läuft schon mal ähm dann hier auch absaugen und verbinden so gut, dann haben wir hier ein Platz für ein Bone Chicken so das Bone Chicken macht eh mal ein Nest drin ähm dann mach ich mal Platz hier für das nächste Huhn das rein kommen wird vier Nester eins, zwei, drei vier ähm ähm hab ich hier noch Polnisch drin Stein Stein okay Stein nicht wir können das hier so verbinden zack dann nochmal dann haben wir den anderen Stein den wir jetzt brauchen so so gut, weil dann kommen wir hier dann können wir hier nämlich das äh das Kohlehuhnlein tun so 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 wir hier die Leitung legen ok jetzt brauchen wir nur noch genug äh getreide dass wir ein Nest bauen können, um das Kohlen da hineinzulegen. Wir haben hier schon eines ausgeblütet. So, wir brauchen noch hier. So, die Farbe ist auch schon wieder zu Ende. Aber das machen wir noch kurz noch. So, noch kurz. 3D. Sammeln. So, ein Nest. So, dann. Jetzt werden wir Holz haben für alles andere. Moment, wir können das so machen. 3, 4. Jetzt reicht es so. 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 Und. Das heißt auch nicht, wir brauchen noch eins mehr. Okay, so. Jetzt haben wir. So, ein Nest. Ein Nest für ein Cold Chicken. Ich kann mich kurz schauen, was wir dann brauchen dafür. So, okay. Das ist immer so klein. Ah, ich kann das so füttern. Mal. Na komm schon. Da ist nicht die Zeit. Normalerweise sieht man ungefähr einen Timer, wie lang es geht, bis es groß wird. So, was genug Sammeln füttert. Flint, ähm. Wir können jetzt mal schauen, wir können jetzt eigentlich hier noch das Flint entsprechend einordnen. Okay, die Kacke können wir auch hier noch. Das ist groß geworden. Sehr gut. So, Cold Chicken kommt mit. So, jetzt kannst du mir für uns schön Eier legen. Sehr gut. So, haben wir schon ein bisschen was in den Ressourcen jetzt, die wir bekommen. Das Lock Chicken haben ja auch noch nicht drin. Das fällt mir rein. Oh, wir können natürlich auch das Holz verbrennen. Ich glaube, wir werden das dann mit dem Node mit einem Drawboard am Endeffekt hier einfügen. Es geht viel einfacher. Ich traue das Ganze dann verteilt. Okay, gut. Egal. So, Bonemehl. So. Hier ist ja eher viel Baustelle zur Zeit. Da haben wir drauf ein Controller. Da war ein Controller. Ein Diamanten. Na gut, der ist ja nicht so ein Problem. Netter Quarz. Haben wir schon netter Quarz? Wir haben keinen netter Quarz. Hier müssen wir in den Netter. Wir haben nur Quarz, oder? Oder was? Quarz? Netter Quarz? Wir haben netter Quarz. Was? Da ist das Leonard Quarz. Immer igualments müssen. rar dieХörern wir sind zusammen. Hier Pentate. Oh ja es ist ja nur in der Netter Quarz. There sichisoft ihrviv einigen. Jetzt habe ich eine Ab drafting, wir haben eine Centrum. vielleicht sollten wir schauen, dass wir zuerst die Vorzits bekommen das wäre natürlich was, dann könnten wir nämlich das vermehren, ohne die großen müssen, das heißt wir müssen mal schauen, wir müssen schauen, ob überhaupt, ich habe eh gemerkt, wir haben gar keine Chance auf Samen hier, Seed-Stropp hier anscheinend gar keine, na gut, wir haben den netz vorgesehen, ich bedanke mich schon was zu sehen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und seht uns den netz vorgesehen von Minecraft Crafty, bis dann, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zusehen, die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter mit einem Abo, verpasst hier keine weitere Folge, bis zum nächsten Mal.